Hey, hast du gemerkt, dass ich dich ignoriere? Dich links liegen lasse? Damit du mich noch mehr willst. Hier ins andere Ende des Zimmers. Okay. Hey Mann, ich will mir lieber rum, wenn das in Ordnung ist. Nein, das ist nicht in Ordnung. Was? Dieser Ort ist nicht gut für mich. Du musst dorthin, wo du echte Hilfe hast. Aber ich dachte, du warst immer für mich da. Wie damals. Ich werde immer für dich da sein. Kat, zehn Minuten Pause. Zehn Minuten Pause, aber wirklich nur zehn Minuten. Okidoki, dann ziehe ich einfach aus und suche mir einen anderen Mann, der mich in seinem Haus Partys feiern lässt. Also das solltest du nicht tun, Samuels. Ja, schon klar, schon klar. Aber ich kann's und ich mach's auch. Ich bin gerade an einem Punkt, wo ich mich als Mensch nicht mehr weiterentwickele. Ich krieg mein Leben nicht mehr in den Griff. Weil ich von Arztlichern umgeben bin und von Leuten, die mich aussetzen, bis ich irgendwann trafisch dabei sterbe. Was? Tja, wenn die Kacke am Lampfen ist, immer schön locker bleiben, Leute. Ja, es ist nie schon gespielt für mich. Wie willst du damit sagen, dass die Gesellschaft an allem schuldig ist, dass wir als Mitglied oder niemals irgendwer verantwortlich sind und etwas übernehmen müssen? Wie willst du das? Wie will die Kacke am Lampfen? Wie ist es? Wie will die Kacke am Lampfen? Wie ist das? Wie ist die Qualität der Kacke am Lampfen? Wie ist das? Wie ist das? Wir sind nur Produkte unserer Umwelt. Wir sind nur Produkte unserer Umwelt. Wir sind nur Produkte unserer Umwelt.